Musik 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 Matthias lass dich mal töten und spawnen mal mehr Also Es sind mega viele Leute Es sind mega viele Leute auf dem Server Digga ich bin gespawnt direkt schießen nach 50 Leute in meine Richtung Ja Jungen der Server ist voll Alter wie hier alles explodiert Digga du willst nicht wissen wie das gerade eben war hier ist Eh Dauerhaft ist explodiert. Hier standen gerade eben drei Panzer. Schauen wir mal so Let's Play und gucken, da reden alle so ganz nett und dann sind da auch so richtige Polizei und so ein Scheiß. Das ist Live. Altes Live wahrscheinlich. Das ist Altes Live. Das ist nicht Racelet, das ist Altes Live. Das ist das Rollenspiel. Es gibt, äh, hast du dir gerade ein Heli gekauft, du Spacko? Natürlich, ich wollte noch ein bisschen sterben einfach. Das glaube ich auch, weil bei so vielen Leuten ist es ziemlich dumm, ein Heli zu benutzen. Ich bin mal kurz noch eine Karre, ne? Was passiert jetzt? Du hast mich auch getötetet. Ich habe aus Versehen D gedrückt. Wie weit bist du weg? Äh, belebt man mich wieder. Wie weit bist du weg? Wir liegen nebeneinander. Ihr Wix hat die Reifbahn geschossen, Alter. Hey, Matthias, noch soll ich mal... Halt mal an. Ohohoho, nee, oder? Halt deine... Ja, geil, meine Reifen sind am Arten, Wixengel. Ohohoho... Ich bin stuck unterm Auto. k die Zeit reingegangen wo das Haus hier ja gut ich hab keine Knarre oh ich hör' weißt du kaum bist du gespawnt wie kannst du bitte stuck sein Matthias so scheiße ja schon ha 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 ähm ha 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 Hahahaha Erstmal ich war so Backflip, so richtig geil und dann explodier ich einfach So, wir schauen und spawnen, Alter Warum mag ich so wie alles explodiert in den Bach runtergehen, ey, ist Wahnsinn Pass mal auf, wo ich mich schießen Oh, die Knarre ist geil Ja, das ist die CMG Das ist die K95 5,5 Meter mit 100 Schuss Jaja, kennt Das ist ja, was ich jetzt Welche West ist die Beste? Äh, warte mal, nimm die, äh, äh, Carrier GL RIG, das ist die, die ich mal nehme, die ist recht groß und wie sie doch guten Schutz Oh, die wichtig ist, Alter, ich nehme mal die, die Taktik West Police Wenn sie eigentlich scheiße Oh, die ist voll geil, oh, ich nehme jetzt mal die Taktik West Police, die ist voll scheiße Ähm, ja gut, jetzt habe ich halt hier überall diese Scheiße Oh, Matthias, Matthias, hör auf dem Scheiß Shouldn't, hör auf dem Scheißdreck, du musst getarnt sein in dem Game ist auch Tarnung, wenn eine Marine-Push liegt, sieht ihn keiner! Ja, das ist wenn einer der NSD ist, dann sieht die nicht aber so! Ganz ehrlich, wenn ich mit drei Kilo der NSD reinfalle, dann sehe ich den auch nicht mehr, aber so! Drei Tage in Wasser aufgereicht du! Ja, in Wasser mit deiner Mutter! Das ist echt dein Ernst! Ihr seid solche Wichser, ne? Warum? Ich weiß das doch nicht! Du solltest auch für diesen Scheißding zu nutzen, Mann! Schau, Mann, halt deine Fresse! Ich nutze, was ich will! Du Wichser, hast du meine Sachen! Verpiss dich da! Ich darf in meine eigenen Waffen schießen! Ja, das ist halt das Drive-Back-Konzept von Apex! Du kannst in fast jedem Fahrzeug, was es in dem DLC gibt, kannst du halt... Oh, Alter! Jo! Oh, shit, Mann! Hast du das gesehen? Ich hab eigentlich gedacht, ihr Fahrer hat wieder... Oh! Warum hab ich jetzt eigentlich gedacht, dass du wieder... Boah, mein Ding, was machst du da? Was soll ich denn machen? Du drehst dich die ganze Zeit! Ich dreh mich nicht! Wie vor allem soll ich mich drehen? Wo bist du überhaupt? Wo siehst du mich denn? Erst wolltest du, dass wir nach Vagina kommen, ich bin jetzt in Vagina und jetzt willst du wieder nackieren. Ja! Oh, da ist Panzer! Oh, da ist Panzer! Puh! Sie sind direkt auf Panzer zugefahren, Alter! Ja, ich fahre so um die Kurve und es ruckelt und ich denk mir so, alles klar, was steht denn da? Und scheiße, da ist ein Panzer! Und anstatt der zu branden ist, ich hab versucht halt um die Kurve zu fahren, aber dann kam ein paar Raketen und tot. Ja, da kommt dann Spoppa! 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 Mir ist niemand und hier soll ich... In Vagina! Kmetzpon! Ich, warum back der da so rum? Lass mich ausstehen! Äh... Junge? Warum ist er jetzt explodiert? Weiß ich! Weiß ich nicht! Was hast du getan? Ich wollte gerade den, äh, flippen und auf einmal explodierte. Ich hab noch nicht mal es gedrückt, dann nur daneben. Oh, Junge! Nein, ich hab keinen Bock mich hier zu überschlagen. Okay. Warum nicht? Macht doch Spaß. Vielleicht hat er aber trotzdem drüber. Guck, genau das passiert ansonsten. Steine zieh mich irgendwie magisch an. Ich weiß auch nicht, was ich mit denen hab. Steine haben meine magische Anziehungskasse. Oh, da steht da aber schon wieder ein Stein. Das ist mal Wahnsinn. Was für die Knarre hier! Hör, hier ist hier, Mann. Warte, warte, warte. Das ist nicht wahr! Auf dem Leistung, oder wie? Ja, genau. Guck, genau. Ich weiß mich dann. Ja, mach ich mal das schon. Das ist nicht wahr, weil ich ja die erschossen sind. Ja, sehr froh, dass ich noch lebe. Ja, sehr froh, dass ich noch lebe. Ja, ich bin ja auch froh, dass ich noch lebe. Ja, ich bin ja auch froh, dass ich nur ein bisschen kacke bis tot bin. Wäre ja schön, wenn wir beide überlebt hätten. Ey, wer schießt mich an? Äh, nicht wir. Da ist einer. Dinabel. Du hast jetzt gerade auch nicht geschossen, oder? Mhm. Ich werde schon schießen. Dinabel hat mich getötet. Gut, wir kommen. Achso, wir erscheinen. Ja. Ich häng hier fest, Mann! Mir doch egal. Ich weif den mal. Du fahr mal hier um die Steine rechts rum rum. Seid ihr auf jeden Fall flüstet da mal an ihr? Ja, mit den Panzern. Acht. Ja. Wie weif den Typen mal? Ja, chill mal. Mit irgendwie so'n leidischen Verdacht. Warum? Warte ich für Verdacht. Das ist ja hier in dem heutigen ist aber nicht gut. Hast du es denn hier irgendjemandem ein bisschen aufzupassen, dass du mich nicht an die Euro schießt? Na, ich bin noch halt dabei. Ey, schau'n aber jetzt mal und Nico auch, ähm, können ja in Zukunft mich einfach nicht töten, wenn irgendwie scheiße ist, also einfach nur so. Dann hab ich mich nicht so'n. Das Hörgeflex. Das Hörgeflex auf uns. Und wo? Na gut, ich schätz' mal, wenn die drüben. Matthias, dann steig mal in die Karre ein. Ja, witzig. Ein, äh, die ist was. Ein, ein Mannfahrer. Hier, der hinten ist ja hier. Hab ihn. Ähm, ich würd' sagen, ich glaub' keine Sau legt sich jetzt mit uns an. Und auch jemand, der genug Munition und ein Raketenwerfer hat. Äh, ja, und oder halt ein Kuma. Ja. Aber ich muss schon sagen, ich schätze dich mal eben. Ich hab' mal eben, ich schätze dich mal eben. Ich hab' mal eben, ich schätze dich mal eben. Ich hab' mal eben, ich schätze dich mal eben. Schau. Matthias, der mitten im Weg stehen, der Weg zu. Alter, what? Was ist das gerade gesehen? Nein. Äh, nein. Ich hab' mich einfach so einmal im Kreis gedreht. Wo ich nix gemacht hab. Wir können uns auch alle drei ein Jet kaufen, wenn ihr wollt. Okay, du bezahlst. Kann ich mal? Nein, vergiss es, verschwend' nicht dein Geld direkt. Komm, lieber Swurder oder was? Kannst mich... Neh' mich mit, du Wichser! Ding, Bartmann. Äh, Matthias, komm her. Ja. Hey, wir wollen die Autos kaufen, Ashton. Ich hab' das Quad gerammt und ihr seid beide von dem Quad erschlagen worden. Lächeln. ДChristend例. Dann haben sie da und ihr habt aufz�� in der goods abgesch스가 trockt.